Trivialiteratur ist eine Literatur, die im Gegensatz zur Hochliteratur als einfach allgemein verständlich und leicht zu erfassen gewertet wird. Der Begriff hat pejorativen Charakter. Alternative Begriffe sind Schemaliteratur und Massenliteratur. Neben dieser Zweiteilung steht ein Dreischichtenmodell, das Hochunterhaltungs- und Trivialiteratur unterscheidet. Begriff und Definition Der Begriff Trivialiteratur erhielt seine heutige Bedeutung durch Marianne Thalmanns 1923 veröffentlichte Dissertation der Trivial-Roman des 18. Jahrhunderts und der romantische Roman. Trivialiteratur ist eine Form literarischer Unterhaltung. Mit dem Begriff wird seit den 1920er Jahren der Bereich der populären, häufig als minderwertig angesehenen Massenliteratur bezeichnet. In einer groben Aufteilung von Literatur in die Dreifelder-Dichtung bzw. Hochliteratur, Unterhaltungsliteratur und Trivialiteratur wird letztere als die mit dem geringsten literarischen Anspruch bis hin zu Kitsch- und Schundliteratur gewertet. Allerdings sind die Übergänge zwischen diesen Wertungen fließend und Zuordnungen werden je nach Betrachtung der einen oder anderen Stufe erfolgen. Können, Kriterien und Merkmale Trivialiteratur widmet sich meist großen Themen wie Liebe, Tod, Abenteuer, Verbrechen, Familie oder Krieg. Behandelt diese aber in einer vereinfachenden, klischeehaften und oftmals die Vorstellung einer heilen Welt verklärenden Weise. Triviale Texte sind in Sprache, Verständlichkeit und Emotionalität so strukturiert, dass sie den Erwartungen einer möglichst großen Leserschaft gerecht werden. Wesentliches Merkmal der Trivialiteratur ist, anders als die eher auf kritische Reflexion gängiger Vorstellungen und etablierter denkweisenden, setzende Hochliteratur, den Erwartungshorizont des Lesers nicht zu durchbrechen. Was einer Bestätigung seiner bestehender Meinungen, Gesellschaftsbilder und so weiter, gleichkommt. Das hat zur Bezeichnung affirmative Literatur als einem weiteren Synonym für Trivialiteratur anders gegeben. In dieser Hinsicht werden als Trivial auch solche literarischen Texte bezeichnet werden können, die gewöhnliche bis primitive Erwartungshaltungen bedienen. Hierzu zählt etwa das wiederholende Ausbreiten emotionaler und sensationeller Inhalte bis hin zu verschiedenen Formen des Fourierismus. Trivialiteratur erfüllt typischerweise Erwartungshaltungen der Leserschaft. Weil diese aber durchaus inhomogen aus den Erfahrungen und Erwartungen einzelner Leser erwachsen und von deren individuellen und gesellschaftlichen Kontexten geprägt sind, wird die Analyse und Beschreibung der sozioliterarischen Bedingungen sowohl für die Möglichkeit der Verbreitung von trivialer Literatur generell, als auch für die literaturästhetische Wertung des einzelnen Textes weiterhin die Grundlage der Trivialiteraturforschung bilden. Problematik der Begrifflichkeit Der Begriff Trivialiteratur war und ist Gegenstand literaturwissenschaftlicher Forschung und Diskussion. Da er Texte vorab als von vermeintlich niedrigem ästhetischen Niveau einstuft und teilweise als Oberbegriff von Schundliteratur oder Klitsch. Fungiert Ein eher strukturanalytischer Ansatz, welcher den stark schematisierten Charakter trivialer Texte und auch Textausschnitte hervorhebt und zudem die abwertende Konnotation des Begriffes Vermeidet Charakterisiert Trivialiteratur als Schemaliteratur, sie verfügt danach über folgende Merkmale Schematischer Spannungsaufbau Melodramatische und sentimentale Handlungen Schwarz-Weiß-Zeichnung bei Charakteren Vermittlung eindeutiger moralischer Ansichten und Vortäuschung eines scheinbar klaren Weltbildes Ihre starke Bindung an fixe Schemater geht einher mit ihrer Tendenz zur seriellen Erscheinungsweise, wie zum Beispiel in Fortsetzungsromanen, Mainstream-Comic-Heften oder Roman-Heften und Ryan All diese Werke erfüllen kollektive Leserbedürfnisse, wonach Texte dieser Art gewisse gemeinsame Grundmuster umzusetzen und zu erfüllen vermögen Dadurch setzt Schemaliteratur sich von den zeitgeschichtlich etablierten, gleichwohl aber epochal veränderlichen Normen hochliterarischer Systeme ab, die durch Intertextualität, Originalität, Singularität und Innovation geprägt erscheinen Auch wenn der eigentliche Ursprung der Trivialiteratur im 18. Jahrhundert liegt, können erste Formen bereits in den im 15. Jahrhundert weit verbreiteten Einblattdrucken gesehen werden In ihnen ging es um meist religiöse Inhalte, die für jedermann klar, anschaulich und deutlich zu vermitteln waren Im Laufe der Zeit weitete sich das inhaltliche Spektrum der Blätter, wobei das Sensationelle zunehmend an Bedeutung gewann Viele heiligen Darstellungen wurden mit grausamen, brutalen Geschichten überhöht, Berichte von Naturkatastrophen Von Kriegsgeschehen und Schlachten oder von der Ausbreitung von Seuchen wurden häufige Themen So vermischten sich Informationen mit Sensation und Unterhaltung, wobei die nachrichtliche Information zunächst nicht im Vordergrund stand Diese Einblattdrucke gelten als Vorläufer der Groschenheftliteratur des 20. Jahrhunderts Ebenfalls im 15. Jahrhundert sind Einblattdruckwandkalender entstanden, die sich im 16. Jahrhundert zu Kalenderheften weiterentwickelten Ab dem 17. Jahrhundert wurden sie immer häufiger mit belehrenden und unterhaltsamen Texten wie zum Beispiel Sentenzen und Anekdoten Rätsel oder Horoskope versehen, sodass die Kalender zu einem Unterhaltungsmedium wurden, das anspruchslose Lesebedürfnisse befriedigte Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert dienten Kalender jedoch zunehmend auch pädagogischen Zwecken und wurden zu Vermittlern vernünftigen und sinnvollen Wissens Diese Vorläufer weisen viele Parallelen zu den ab dem 18. Jahrhundert als Trivial-Literatur bezeichneten Werken auf Für deren Inhalte die beispielhafte Gegenüberstellungen von Gut und Böse, Schön und Hässlich oder Klug und Dumm zu einem Prinzip wurde Dessen klare Dualität ermöglichte die verdeutlichende Darstellung ganz bestimmter Wertvorstellungen und kam damit zugleich dem Verlangen der Leserschaft nach Information und Sinngebung entgegen Die einsetzende Entwicklung und rasche Verbreitung der Trivial-Literatur wurde dabei durch den enormen Anstieg der Lesefähigkeit in der Bevölkerung und das damit verbundene Vergnügen am Lesen befördert Dem die Fortschritte in der Druck- und Buchproduktion im 18. Jahrhundert entsprachen Das Lesen konnte so zur unterhaltsamen Freizeitbeschäftigung werden, die Erholung vom oft harten Arbeitsalltag versprach Die Tatsache, dass Frauen über mehr häusliche Freizeit verfügten als Männer, erklärt, dass sie die Mehrheit des Lesepublikums stellten Ihre Lesebedürfnisse wurden von empfindsam sentimentalen Frauen- und Liebesromanen erfüllt welche größtenteils von englischsprachigen Vorbildern inspiriert waren Das Padar hierzu in heutiger Zeit ist der freche Frauenroman, wie ihn zum Beispiel Eva Heller vorlegt Ebenso entstand das noch heute populäre, trivialiterarische Genre des Schauer-Romans der als Reaktion auf den Rationalismus gedeutet von der englischen Gothic-Novel und ihres Begründers Oras Weipule inspiriert war Bedeutendster deutschsprachiger Vertreter dieses Genres war Christian Heinrich Spieß Neben diesen Ausprägungen bildete sich im 18. und 19. Jahrhundert die Heimatliteratur heraus sowie die Räuber-Romane, die nicht zuletzt durch ihre vorgeblichen Freiheitsideale und ihren aktionistischen Protest gegen die bestehende Gesellschaftsordnung beträchtliche Popularität gewinnen konnten So erregte etwa Heinrich Clauren mit dem Erfolg seiner Mimili den Unwillen des hochliterarisch orientierten Wilhelm Hoff so sehr dass dieser ihn zum Ziel satirischer und polemischer Angriffe machte Auch die Indianer- und Wildwestliteratur fand, inspiriert durch Romane des Amerikaners James Fenimore Cooper, eine breite Leserschaft Da sie das Auswanderungsland Amerika als besondere Thematik der Abenteuer- und Reiseliteratur in diesen Romanen entdecken konnte Als wohl wichtigster Vertreter ist hierbei, neben Friedrich Gerstecker oder Charles Sealsfield, Karl May zu nennen Der U. A. durch seine Winnetour-Romane bis heute anhaltenden Ruhm sich erschrieb, ebenso wie der historische Roman Der seit dem 19. Jahrhundert geprägt vor allem durch Walter Scott und Alexandre Dumas sich anhaltender Beliebtheit und breiter Leserschichten Erfreut Die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehenden kommerziellen Leihbibliotheken waren als Verbreitungsform der Trivialiteratur ebenso Wichtig wie die Kolportage-Literatur Daneben trugen insbesondere die Fortschritte in der Drucktechnik des Zeitungswesens dazu bei Das sich gedruckte Prosa-Literatur zum leicht erhältlichen Massenmedium entwickeln konnte Wobei Eugène S. O. mit Lesmistress de Paris zum Begründer des Fortsetzungsromans in Zeitungen wurde Im 20. Jahrhundert wird der historisch zeitgeschichtliche Roman des 19. Jahrhunderts fortgeschrieben Aber auch zum Vermittler patriotischen Gedankenguts umfunktioniert Kriegsgeschehen, das Heldenhafte Töten und Sterben für das Vaterland Sowie die propagandistische Verunglimpfung des Gegners werden zum kriegsverherrlichenden thematischen Zentrum der Erzählhandlungen Die Abenteuer- und Reiseliteratur entwickelt sich in Richtung auf Science-Fiction weiter Auch die Comics erlangen nun durch ihre enorme Vielfalt ihren bis heute anhaltenden Erfolg in allen Gesellschaftsschichten Hervorgegangen aus den am Ende des 19. Jahrhunderts in amerikanischen Zeitungen veröffentlichten Comicstrips sind sie heute in ihren vielfältigen Varianten und Ausprägungen nur noch bedingt der Trivial-Literatur so so rechnen So standen Comicstrips anfangs dem Satirischen sehr nahe Die erwachsenen Comics der 1960er Jahre waren stark von der Popart beeinflusst und wandten sich mit sozialkritischem Hintergrund an eine Intellektuelle Leserschaft Bis hin zur sensiblen Behandlung sehr komplexe Themen wie etwa der Schoah Merkantiles Ziel der Produktion von Trivial-Literatur bleibt durchwegs Eine möglichst breite Leserschaft und damit potenziell hohe Verkaufszahlen bis hin zum Bestseller zu erreichen Ausprägungen Der geschichtliche Überblick lässt erkennen Das erfolgreiche Trivial-Literatur über die Jahrhunderte hinweg weitgehend als fiktionale Prosa begegnet Die Gattung Lyrik mit Ausnahme etwa im 19. Jahrhundert der Gedichte der Kämpner oder der Studenten Lyrik sowie im 20. Jahrhundert insbesondere der Schlager-Literatur bleibt dagegen eher eine beachtenswerte Randerscheinung Liebesgeschichten sentimentaler Liebesroman Nackenbeißer in Nordamerika Bodice Ripper Heimatroman Arztroman Frauenroman Liebes- und Familienroman Pornografischer Text Abenteuergeschichten Bergenreiser-Roman Robinsonade Ritter-Roman Räuber-Roman Wildwest-Roman Gespenster-Erzählung Horror-Roman Abenteuer-Roman Kriegs-Roman Kriminal-Roman Spionage-Roman Science-Fiction Fantasy Superhelden-Comics Untertitelung des ZDF, 2020